Was ist das Tattoo? Ja, ich als Ferienmahntgang auch ans Tattoo. Eigentlich sollte man ans Tattoo gehen. Es ist wirklich ein riesen tolles Anlass. Es hat für alle etwas. Ich freue mich zum Beispiel auf die schottische Jagd. Ich freue mich auf Lesa-Marie mit dem Anze de Vache, der das berühmte Lioba, das wir immer gut gibt. Ich freue mich natürlich auch auf Top-Sigert, unsere Lokal-Motoren wieder mal sehen. Und wenn ihr ans Tattoo geht, dann haben wir doch Paris. Das war cool.